Salam alaikum Freunde, wir sind heute in Thilde Häusbach. Wie haben Sie die Erkennenkunde? Türkei gegen Deutschland. Heute in April. Det haben wir heute in Zukunft. Allahu Ekber! Wir sind jetzt auf Fernmarsch, wir gehen gerade zehn Kilometer Richtung Olympaschanan. Ozan, was ist deine Predigt für heute? Zwei ist okay. 3-1! Inshallah! Ich bin bereit! Jetzt mit der Lotte! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Jäu, Jäu, Lausin! Nachbirken blede, dreiивает andere Camosern! Wir sind bereit! Das aber auch! Nicht alle! Ich bin bereit! Es ist bereit! Eindisch heute! Fünfte Spielminute, 1 zu 0 für Deutschland. Oh mein Gott, wie krankst du das bitte aus. Oh mein Gott, wie krankst du das bitte aus. Oh mein Gott, wie krankst du das bitte aus. Oh mein Gott, wie krankst du das bitte aus. Oh mein Gott, wie krankst du das bitte aus. Oh mein Gott, wie krankst du das bitte aus. Oh mein Gott, wie krankst du das bitte aus. Oh mein Gott, wie krankst du das bitte aus. Oh mein Gott, wie krankst du das bitte aus. Oh mein Gott, wie krankst du das bitte aus. Oh mein Gott, wie krankst du das bitte aus. Oh mein Gott, wie krankst du das bitte aus. Oh mein Gott, wie krankst du das bitte aus. Das war die neunste Minute. Das war die neunste Minute. Das ist super. Wir sind aber im Stadion mit den Nachschutzeilen weg. Wenn ihr das wisst warum, schreibt dann bitte Kommentare. Aber bitte, diese Situation seit endlich endlich. Hey! Gut! Oh! Ja! Die sind auch schon so. 5,5 Meter. Oh! Ja! 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 Das ist auch als Block. Einfach die deutsche Fans gegen die Linien. Oder die Türke umrunden. Einfach die Stadion. Ja! 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 Aber, ja! 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 Finale und wahrscheinlich auch Union General Madrid. Also wandt gerne rein und ciao.